Du bist nicht vorbereitet! Mitten im Nirgendwo steht einfach ein Briefkast. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, der nächste ist vorne bei einem Mondfeste. Dann, meine Pads sind anscheinend alle ausgelaufen, wie es scheint. Die sollte ich dann nochmal irgendwann neu reinstecken. Wobei, Chaoskristalle haben wir verkauft. Aber ansonsten sind die Pads alle nicht verkauft. Hier haben wir noch, was war das? Obliterum haben wir auch noch verkauft. Wunderbar, den Inferno-Schwefel kriegen wir auch wieder zurück. Den ziehen wir uns wieder irgendwo hier hinten rein. So, wo waren wir hier? Adrial, ich grüße euch, Bruder der Nachtwache. Eine Nachricht der Mauer heilt uns vor einigen Tagen. Warte mal. Ist das nicht... Das kann man als Spoiler ansehen, oder nicht? Gut, das ist... Schöne Nachricht, aber irgendwie irgendwie spoilerisch. 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 So in der Art. Will ich nicht unbedingt weiter vorlesen, aber vielen lieblichen Dank für die ganzen Pads. Du hast mir noch einen Brief geschickt. Ich hoffe, der Spoiler nicht auch. Nein. Ich hoffe, der hat eigentlich eine kleine Nachricht gefallen. Deine Videos-Guides sind echt immer sehr hilfreich und interessant anzusehen. Mach weiter, so wie bisher. Schöne Grüße von Adrial. Vielen lieben Dank für den Brief und für die Pads natürlich. Vielen, vielen lieben Dank. Machst du irgendwann mit Quintex eine Let's Play-Guilde auf? Ähm, ja, vielleicht. Wollt ihr das? Ich meine, ihr könnt es mir unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr wollt, dass ich mit dem Jar hier mal eine Let's Play-Guilde aufmache, dann können wir uns einen Namen aussuchen oder so. Und dann können wir gerne mehrere Leute mit drinnen spielen. So, was haben wir noch? Equin. Hier, das brauche ich nicht. Das ist für dich viel Spaß. Eventuell für Transmog. Grüße. Vielen lieben Dank. Wächterumhang. Ich habe das Rezept nicht. Wird demnächst erlernbar sein. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Mann. Nicht Frex. Also für das großzügige Taschengeld kann man mich mal grüßen, würde ich sagen. Du seist gegrüßt, nicht Frex. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Wie immer, wenn ihr mehr Ingame-Nachrichten schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Auf dem Server Rexa einfach an Quintex schicken. Ähm, da ich versuche das immer, wenn möglich, am Anfang des Let's Plays gleich durchzuschauen. Und dann können wir uns das weiter ansehen. So, jetzt sind wir gleich mit Level abgegangen. Das ist schon mal nicht bad. Level 35, giftige Welpen. Den gönnen wir uns, glaube ich, erstmal. Ich glaube, das ist ein Upgrade. Ich meine 4 Crit. Was holt 4 Crit raus? Wir haben 15. Warte, ich verliere gar nichts. Wie gibt's das halt? Wie kann ich hier nichts verlieren? 440. 385. Aber ich habe trotzdem 15% Crit oder 1485. Egal. Lassen wir das mal an. Da... Kein Bock, dass das jetzt weniger Crit wird. Crit ist immer gut. Wenn man critet, sind die Mobs meistens schneller down. Logischerweise, oder? Würde ich mal fast behaupten. Ähm, Millie Crit ist normalerweise 150% vom Schaden. Zauber Crit immer 200%. Dementsprechend natürlich immer sehr angenehm, wenn man irgendwas critet. Ich glaube, jetzt ist es da... Warte mal, die kann ich Kirsch nennen, oder? Please. Ja. Oh! Finally, ich kann irgendwelche Gegner Kirsch nennen, die ich für eine Quest erledigen muss. Holy Shit. Ne, warte mal. Wir mussten den Hirsch letztens auch schon Kirsch nennen. Irgendwer hat einen Hirsch gefunden, den ich nett gekürschen hat im Let's Play. Was? Wie fällt einem sowas auf? Ich dachte immer, die meisten, die sich das Let's Play ansehen oder anhören. Ich meine, es gibt sicher paar, die sich das komplett ansehen, aber die meisten oder die Leute, mit denen ich darüber geredet habe oder so, die haben das irgendwie nicht angesehen nebenbei, sondern hören das als quasi wie eine Art Podcast oder sowas. Ich meine, auf sowas hätte ich auch irgendwie noch Bock. Ich habe letztens mal darüber geredet im Livestream, ob ich sowas mal machen sollte, wieder quasi in Richtung News und Co. Weil Freitag, jetzt sind wir mit den Artefakt-Challenge, ne nicht Challenge, sondern mit den Hidden-Artefakt-Videos sind wir ja alles durch. Da haben wir ja jeden Hidden Skin jetzt aufgelistet und momentan hätte ich am Freitag also dementsprechend kein Video, was ich hochlade. Entweder ich mache da wieder weiter Transmog oder ich mache da irgendwie mehr Lust in Richtung News und Co. was zu machen. Wobei, das wird dann wieder nicht wöchentlich sein, weil nicht unbedingt jede Woche passiert irgendwas extrem Aufregendes, worüber man ja als News-Ding darüber berichten könnte. Vielleicht wenn man Blog schreibt oder so, aber nicht jetzt im Video-Format, was irgendwie für die vielere, ah vielere, mehrere Spieler interessant. Was ist vielere für ein Wort, für mehrere Leute interessant sein könnte. Sowas in der Art. Maybe. Das hätte ich mir noch gedacht auf jeden Fall. Nein, mein Leder. Mein Leder bleibt hier nicht liegen. Ähm ja, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr sowas sehen wollt, kann ich gerne mal machen. Ich bin auch momentan wieder mega motiviert, meinen Zweit-Account zu aktivieren, den ich erst angefangen habe, weil ich, jeder der schon öfter im Livestream zugesehen hat, der weiß, dass ich gerne Erfolge farme und Co. und gerne andere Accounts auch spiele. Ich habe schon keine Ahnung wie viel Zweit- oder Dritt-Accounts betrieben insgesamt. Ähm, habe da immer wieder Erfolge gefarmt. Einfach so nebenbei ist einfach eine lustige Beschäftigung irgendwie. Einfach weil mir das Spiel an sich immer Spaß macht und ich das Erfolge farme einfach liebe. Äh, habe ich das öfter mal gemacht und ich glaube der letzte Account, den ich dort gemacht habe, war vor zwei Jahren? Ich glaube vor zwei Jahren irgendwas. Da hatte ich den Parler, wo ich damals den, ähm, für eine kurze Zeit suspendiert wurde. Da habe ich mir einen zweiten Account angefangen und da habe ich dann nochmal Erfolge gefarmt und Co. Ähm, und bin mit dem glaube ich auf 21 oder 23. Ich glaube 21.000 Erfolgspunkte war der zweite Account. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas 21.000, zwischen 21.000 und 23.000 war er irgendwo. Ähm, mittlerweile bin ich am Main-Account hier schon bei 28.000, äh, 28.000, 25.000. So viele Sachen, die ich machen kann, gibt es ja nicht mehr. Sachen, die mir fehlen, sind halt meistens, ähm, aktuelle Mythic-Kills oder Raid-Achievements, die mir halt fehlen. Weil Mythic-Kill-Jaden und Co. kann ich halt nicht unbedingt machen. Mythic-Guldan und Co. fehlt mir halt auch noch alles. Ja. Und dann kommt so ein zweiter Account, macht mir immer mega Spaß und ich dachte mir, ob ich da vielleicht, ich wüsste nicht wie, aber irgendwie hätte ich Bock so ein Erfolgsformat zu machen. Aber die Frage ist halt, wie ich das Ganze umsetzen könnte. Weil ist jetzt nicht unbedingt, ja, hm. Muss ich mir noch weiter überlegen, keine Ahnung. Weil ich kann, ich meine, ich kann halt einfach random alle möglichen Erfolge zusammenwerfen oder ein Video machen, wo ich halt einfach nur ein Questgebiet ausqueste. Das ist halt in Form von Let's Play ganz schön, aber für so ein Format wäre es wieder irgendwie ungut. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das machen könnte. Vielleicht habt ihr Ideen. Ihr könnt es mir gerne jederzeit immer in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr irgendwas gerne sehen möchtet. Hab selber noch genug Ideen, aber die Frage ist halt immer, wie man Sachen umsetzt, sodass es auch gut ankommt. Mittlerweile ist der Channel schon zu groß, als dass ich einfach random Sachen, mit denen ich nicht zufrieden bin, einfach hochlade. So wie früher, wenn du halt einen kleinen YouTube-Kanal hast, wo dir halt, keine Ahnung, wo dir halt alles egal ist, wo du einfach alles mögliche hochlädst, dann ist es was anderes. Aber wenn man sich quasi schon in einem Genre etabliert hat, dann ist es halt was anderes. Dann kann ich halt nicht einfach, ja, 0815 Content hochladen. Da regen sich mehr Leute auf, als dass es ihnen egal wäre. So, jetzt aber zurück zu den Quests, was brauchen wir überhaupt? Steintränen, wie kann ein Riese weinen? Wie kann ein Steinriese weinen? Ähm, verderbte Klippen, Gigantenbaum auch. Nebenbei gehen wir die ganzen Hirsche hier wieder meucheln, würde ich sagen. Mir fliegt hier die ganze Eule nach. Man höre auf. Man unterlasse dies, wunderbar. Ist das hier ein Schaf? Was? Ach. Hier läuft einfach ein Schaf rum, heißt halt Eichhörnchen. Dabei ist es halt geschiebt. Jetzt dachte ich mir, what the fuck, man. Das wäre mir noch nie aufgefallen. Hier ist irgendwo ein Magier unterwegs, der hier seine, seinen Spaß auslebt, glaube ich. Die Frage ist nur, wo weit kann er nicht weg sein? Weil es hält nur eine Minute lang an. Das heißt, er muss hier noch irgendwo in der Umgebung sein. Ähm, sind die Elite? Nein, sind sie nicht. Wir haben auch immer die Cutter-Models, oder? Ich glaube, das sind die Cutter-Models, oder? Ich glaube, das sind die Cutter-Klesen, oder? Nein, warte mal. Das sind die Burning Crusade-Models. Nachdem die Finger so komisch eckig sind. Scheint mir das noch nicht sehr, sehr geupdatet. Im Gegensatz, diese Hasen und so weiter stechen halt immer mega raus in den alten Gebieten. Wenn irgendwo ein Hase durch die Gegend doppelt, dann siehst du sofort, dass der hier nicht hin gehört irgendwie. Die Dinger sind auch einzigartig, oder? Nein, ich glaube, die wurden von Maroudon übernommen. Diese, ja, komischen Kristall-Berge, die hier mitten drin stehen. Ich glaube, wir helfen einfach mal unserem Klippen-Riesen-Kollegen hier. Die gehören auch unbedingt mal überarbeitet. Ich finde es schade, die haben nämlich die Riesen-Modelle mit Cutter-Klesen nicht überarbeitet. Die wurden sogar überall in Molten-Core und Co. überall ausgetauscht, die Feuer. Ich frage mich, warum sie dann die nicht ausgetauscht haben und einfach andere Texturen drüber gepackt haben. Wäre, glaube ich, nicht so viel Arbeit. Texturen oder Texturieren von den Charakteren ist dann meistens nicht so viel Arbeit. Das Schwierige ist halt immer eigentlich nur das Animieren. Das heißt, dass die Animation nicht irgendwie komisch wirkt. Weil einen Charakter zu erschaffen oder sonst irgendwas zu entwerfen ist jetzt nicht so die Mega-Arbeit. Ich meine, das gut aussieht natürlich schon, aber mit irgendeiner Idee aufzukommen ist jetzt nicht unbedingt. Ähm, was brauchen wir noch? Drei Stück? Brauchen wir von denen noch. Bei mir stellt es mir mega schwer vor, dass du so irgendwas animierst. Weil, wenn du selber keinen Bezug dazu hast, wie animierst du zum Beispiel so einen Steinriesen? Der müsste ja umgerechnet irgendwie ein paar Tonnen schwer sein. Wie bewegt sich irgendein Objekt, das ein paar Tonnen schwer ist? Stell ich mir halt immer schwer vor, sowas richtig umzusetzen. Weil dafür, dass die so riesig sind und so schwer eigentlich, bewegen sie sich ziemlich flink. Passt irgendwie nicht so in meine Fantasie-Vorstellung. Egal, wir müssen zurück rüber. Da haben wir jetzt gerade nichts, das kommen wir erst später dazu. Ich dachte gerade, ich muss da rüber. Da weiß ich nämlich, diese rote Bunk, da habe ich glaube ich mega verwirrt von meinem Addon. Irgendwer hat noch gefragt, wegen dem Addon hier. Weißt du nochmal, NPC Scan Overlay, diese farbigen Flächen im neuesten Update. Oder nicht durchs neueste Update ist das verpackt. Sondern durch die ganzen Clients, wie Twitch Client und Co. Mit denen man diese Addons überhaupt installieren kann. Wenn ihr darüber installiert habt, dann kann es nämlich sein, dass diese Flächen sich einfach über ein komplettes Gebiet ziehen. Und euch nicht mehr richtig anzeigen. Dann müsst ihr das selber fixen. Da könnt ihr einfach auf die Curse-Seite selber gehen. Also die Curse-Seite für die Addons. Geht auf das NPC Scan Addon. Dann findet ihr direkt oben einen Link, der führt euch auf die Entwicklerseite. Und wenn ihr auf der Entwicklerseite, jetzt will ich hier nicht durchs Worten lagern. Wenn ihr auf der Entwicklerseite seid, da steht ganz unten, braucht ihr nur runterscrollen. Da ist eine Beschreibung. Wer Englisch kann, sollte das eigentlich verstehen. Wie man das momentan fixen kann. Da muss man sich einfach eine alte Version oder den vorherigen Bild von dem Ding runterladen. Dann muss man da einfach zwischen den Ordnern eine Datei hin und her kopieren. Und dann funktioniert das wieder so und sieht so aus wie bei mir hier. Dann stimmt das nämlich wieder alles. Das ist leider durch die Entpackungssoftware quasi verbuggt. Und da kann er leider das ganze Ding nicht beheben. Das heißt, von seiner Sicht aus bringt es nichts, wenn er ein Update rausbringt. Kürschenerei 205. Uh, 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 uh. 150. Da müssen wir dann wieder aufholen. Aber wir kommen voran auf jeden Fall bei Kürschenerei. Es wird auch gefragt, warum ich die Berufe mittendrin skill. Einfach, keine Ahnung. Es macht halt Spaß. Es ist halt irgendwie... Ich finde, es gehört dazu. Und es sollte eigentlich auch so sein, dass man Berufe von Anfang an mitskillt. Und nicht irgendwie dann auf Max-Level das ganze irgendwie ganz fix aufholen kann. Oder so. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal wieder anders machen. Sodass die... Es sind halt alles so... Es wären alles Aspekte, die irgendwie alte Welt relevant halten. Und, ähm, ja. Leute dazu anregen würden, dass sie auch in den alten Gebieten wieder unterwegs sind. Weil wenn ich einen anderen Beruf verlerne, sagen wir. Und einen anderen einen Beruf lerne. Dann ist es momentan so, ich kann direkt mit den Legions-Mats bis Max skillen. Ähm. Finde ich jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Vom Spielerischen her. Auch weil es den Markt ein bisschen leert. Für alte Mats und Co. Finde ich fast besser, wenn das irgendwie... wieder in der Level-Experience fast drinnen ist. Oder dass du dich nicht benachteiligt fühlst. Weil du gerade irgendwie einen Beruf während dem Leveln hochskillst. Weil man sieht ja, wie viel Geld zum Beispiel ich... Äh, wie viel Gold ich zum Beispiel mit dem Charakter hier investieren muss. Damit ich halt, ja, mit dem Skill hochkomme. Würden dementsprechend viele Leute natürlich im Low-Level-Bereich auch wieder diese Sachen farmen. Dann wären die Preise dann natürlich wieder viel ausgeglichen, als sie sie jetzt gerade sehen. Ähm. Ich glaube, ich schleiche hier durch. Wobei ich kann die, glaube ich, kirschnern. Ich glaube, ich schleiche hier nicht durch. Ich renne hier Amok. So. So machen wir. Das kann ich den Geist da vorne auch kirschnern. Ich schätze mal stark. Der sieht mir irgendwie ziemlich ledrig aus. Auf geht's. Schauen wir mal. Wunderbar. Ich kann Geist kirschnern. Ich bin wohl der beste, beste Kirschner-Experte der Welt. Versiegeltes Portal zum Smaragd-Grönem Traum am Traum-Gast. Da steht auch noch eine Kiste. Wunderbar. Man muss aber sagen, wir haben das Netz ja gut versiegelt, weil als Druide kann man nicht wieder durchgehen, oder nicht? Als Druide kann man über die Klassenhalle ja einfach wieder ruhig rausgeben. 12.000 EP wieder mal durch eine Kiste. Das lohnt sich definitiv immer diese Dinge aufzumachen. Mir kommt vor, die wurden in irgendeiner Art und Weise gebufft, weil in letzter Zeit finde ich irgendwie überviele von diesen. Ich meine, wie viel habe ich jetzt mit dem Schurken im Let's Play schon gefunden? Vier Stück? Drei Stück? Ich glaube vier Stück. Ist halt krass, dass man da eigentlich so viel findet jetzt. Vorher habe ich halt mit Mühe und Not immer ein, zwei Kisten gefunden. Beim Leveln überhaupt. Vielleicht ist es aber auch, weil ich zu Zeiten spiele meistens, wo nicht so viele online sind. Das könnte auch sein. Wobei, das geschiebte. Das heißt, da war ein Magier unterwegs und kurz bevor ich angefangen habe zu recorden, war hier auch noch ein Shami gerade am stehen. Maybe. Vielleicht schauen die einfach nicht so genau. Vielleicht bin ich zu genau. Das kann natürlich auch immer sein. Hier ist auch schon wieder einer. Doventis. Warte mal, der ist Level 53. Was macht der halt hier? Wir haben Gürtel. Uh, der ist definitiv im Upgrade. Sprecht mit Chandris Mondfeder in der Mondfederfeste in Elferalas. Stimmt. Und mein Hut ist jetzt nicht mehr getransmoggt, weil das Braufest jetzt vorbei ist. Jetzt sehe ich wieder mega behindert aus. Jetzt hatte ich immer diesen tollen Braufesthut und jetzt muss ich mir wieder was Neues suchen. Ähm, Schultern Upgrade haben wir auch, weil die haben 5 Crit drauf. Das heißt, da steigt auf jeden Fall unsere kritische Trefferchance um wenigstens 1%. Das ist ja schon mal was. Aber jetzt ist mein Transmog komplett kaputt. Ich meine, solange wir auf dem Mount sind und darüber reiten, können wir eigentlich nebenbei wunderbar den Transmog wieder anpassen. Ich kann glaube ich immer noch nichts Neues transmogen, oder? Nicht wirklich. Also ich habe nicht wirklich viel Auswahl hier gerade. Momentan. Das heißt, wir bleiben einfach beim alten, altbewährten Transmog. Lassen wir mal weg. Ich glaube die Hose passt auch nicht mehr. Ich glaube das war die hier, genau. Dann können wir das Ganze hier wieder übernehmen und dann reiten wir einfach da runter. Genau, so sieht das gleich wieder viel besser aus. Wobei ich könnte bei Hirsche nebenbei abmurksen. Dann kann ich hier ein bisschen Kirschnerei nebenbei skillen. Wobei wir sind schon wieder gleich Level Up. 36. Ich glaube ich kriege aber gerade noch nichts, oder? Doch, Symbole kriege ich jetzt. Warte mal, war hier nicht irgendwo so ein Satyrlager auf der linken Seite? Hier ist irgendwo so ein... Ich glaube das ist hier. Ich glaube der hier ist es, oder? Wenn ich den Namen sehe. Mordi der Erdbeerster, oder? Ne, das war was anderes. Ja, irgendwo war so ein Satyrlager. Das war direkt links unten irgendwo. Hat man da drüben nicht auch Quests bekommen? Ah ne. Das war irgendwo links unten irgendwo. Das ist mega rausgestochen. Ich glaube sogar, dass es das ist. Ja, ja, ja. Da ist nämlich dieses... Diese grüne Suppe, diese Legionsgrütze. Genau, da sehen wir schon. Da ist schon dieses Holztotem. Schauen wir mal, ob der gute gerade da ist. Das sieht mir nicht danach aus. Außer das lädt nicht ordentlich. Nein. Nein. Scheint nicht hier zu sein. Auf jeden Fall komisch, dass hier halt dieses Satyrlager ist. Und es ist halt nur dieser eine da. Und sonst keiner. Sonst kein einziger Satyr hier in dem Gebiet. Hier sind Wutschram Yetis überall. Mit den geupdateten HD-Modellen. Ich bin halt echt schon gespannt, was sie auf der BlizzCon jetzt ankündigen. Am 3. und 4. November. Schon mega Hype. Ich habe die letzten Tage immer mal wieder auf YouTube irgendwelche alten Ankündigungen von anderen Addons geschaut. Es wäre gleich sicher mega geil irgendwie, wenn du da live dabei bist. Irgendwann will ich mal unbedingt hin zur BlizzCon. schon dieser Hype und diese Energie, die in dieser Menschenmasse steckt, wenn halt irgendwas angekündigt wird. Selbst wenn es halt nicht WoW ist. Es ist egal, irgendein Spiel halt oder sonst irgendwas. Die Leute da mega Hyped sind und durchdrehen. Muss ich definitiv irgendwann mal hin, aber ist halt scheiße teuer. Ähm, das war die Goblin Quest, oder? Nein, warte mal. Das war die Yeti Quest. Blödsinn. Was war das mit dem? Genau. Ich glaube bei der Yeti Quest hier nämlich, bei dem hier, konnte man hier nicht Rezepte kaufen? Schildkröten-Schuppen-Handschutz. Ich meine, ich kenne die Vorlage zwar. Ich meine, das Rezept nehme ich mir trotzdem mit, wenn es schon hier ist gerade. Hier ist schon wieder Level 60er unterwegs. Ist der neu? Nein, ist nicht neu. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube bei der Yeti Quest, wenn man da Kirschen hat, kriegt man auch diese Yeti-Belge von alleine. Ich glaube, das war eine der wenigen Quests, wo den Beruf einen Vorteil gebracht hat. Ja, wobei bei vielen Kräuter-Sammel-Quests und so weiter, wenn du Kräuterkunde hast, dann werden dir die Kräuter auch auf der Karte angezeigt. Das ist auch nicht so bad. Oder bei Quests, wo du die Erze sammeln musst, genau das gleiche. Dann, was haben wir hier? Chandris Mond wieder. Hier Transmog gefällt mir aber nicht zu sehr. So eine Mischung aus dem Schurken-T4 und irgendwelchen komischen Random-Schultern. Level Up! Symbole kriegen wir. Symbol des Todes. Können wir jetzt immer benutzen. Beschwört uralte Symbole der Macht, die 40 Energie erzeugen und euren verursachten Schaden 10 Sekunden lang um 15% erhöhen. Sprecht mit Tambre auf der Insel Sador. Ach, jetzt müssen wir schon rüber reisen. Warte mal, werden wir hier rüber geflogen oder so? Oder muss ich wirklich rüber rennen? Ähm... Urtum an der Küste auf. Sucht das Urtum an der Küste auf, es wird euch an die Front bringen. Das Urtum. Bis ich das gefunden habe, wahrscheinlich bin ich schon rüber gerannt, oder? Warte mal, warum das Urtum? Wirft der mich da rüber? Das will ich jetzt so sehen. Da er hier, oder? Ja. Coronas Urtum des Krieges. Ich glaube, der wirft mich einfach auf die andere Seite rüber. Oder wir fliegen mit ihm. Mit ganz, ganz viel Fantasie fliegen wir mit ihm. Bringt mich nach Sador. Oh boy. Nein, warte mal, der geht einfach rüber. Warte, wo bin ich überhaupt? Hält der mich? Wenn der mich hält, dann bin ich jetzt unten am Saufen. Ich glaube aber, ich sitze irgendwie auf seiner Stirn oder so. Ich darf die Kamera hier leider nicht drehen, oder? Nein. Ich darf hier gerade gar nichts machen. Wir wandern einfach mit dem Baum durchs Wasser. Wenn die Insel hier drüben nichts sagt, das sind nämlich die zwei Inseln. Beziehungsweise die gute Insel war nämlich vorher im Kataklysmus noch bedreht war. Die war noch an Land. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt ist die untergegangen durch den Kataklysmus. Das Lustige ist, man kann hier noch runtertauchen. Allerdings ist jetzt da ganz schnell dieser Erschöpf-Ding. Das heißt, man kommt da nicht relativ weit. Sehr cool, das irgendwie zu erforschen ein bisschen. Aber ansonsten, die Insel war nur relevant für die AQ40-Questreihe. Für die, wie heißen die Dinger? Chimeron-Koteletts oder so. Die Elite-Dinger, was man da killen musste. Ach, das letzte Stück wirfte mich. Ich dachte, der wirft mich halt komplett rüber. Aber jetzt ist er weg. Hm. Egal. Ähm. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Warte, muss ich mir einen Quest geben? Ach, da vorne. Dambre. Vorgin. Dass ich mich hier nicht verliebe. Tötet den General. Warte mal, das muss ich noch abgeben. Ich muss zurückkehren. Nein, muss ich noch nicht. Ne, dass ich mich hier verdrücke. Ich glaube, ich kann hier einfach, oder? Ne, warte mal. Gehen wir einfach mal Richtung General. Weil auf dem Weg werden wir sicher den einen oder anderen erledigen. Ich würde gerne sehen, dass diese Feste hier irgendwie wieder ein Allianz-Hub wird. Wobei, hier gab es irgendwie nie viele Equests. Egal. Würde ich trotzdem gerne sehen. Veränderung tut gut. Ähm. Hier sollte irgendwo ein Rare-Mob unterwegs sein. Was sollte das wieder für einer sein? Den kenne ich nämlich auch gerade nicht. Knurra. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie blinkt das nicht. Doch er hier. Lady irgendwas. Lady Sassala. Vielleicht schauen wir einfach mal. Target Lady. Nein. Schade. Der Versuch war definitiv da. Ich habe mir relativ schnell aufgegeben. Gehen wir mal die hier. Achso, eigentlich wollte ich ihn zuerst killen. Ist eigentlich egal. Schauen wir mal, was machen wir mit Backstab mit Symbole an. Woop. Äh. 2000er Hit. Not bad. Not bad. Den Kopf haben wir anscheinend direkt in den Sack eingepackt. Praktisch, dass ich den immer mit habe. meinen Jute Beutel. Äh. Vier brauchen wir noch. Dann brauchen wir nur noch die Yeti. Achso die Yeti Dinger waren ja komplett auf der anderen Seite. Hey man. Hier ist der Questflow aber auch nicht so gut geregelt. Weil du halt immer in x-beliebige Richtungen geschickt wirst. Sodass du, dass du nicht irgendwie zwei, drei Quests abschließen kannst. Dann gibst du wieder ab und dann wirst du irgendwie weitergeleitet. Sondern. Hier ist halt merkwürdig. Weil du in alle verschiedenen Richtungen geschickt wirst. Aber in keiner Richtung gibt es irgendwie einen guten Questhub, wo du halt gleich Meeres erledigen musst. So. Von hier werden wir wieder zurück geschickt. Das heißt, das machen wir gleich mal. Ich glaube ich wäre fast schneller, wenn ich einfach mit dem Wassermount rüber reiten würde. Oder? Nein. Okay. Hier fliegen wir sogar. Hm. Warum sind wir dann zuerst mit dem Riesen rüber gelaufen? Wir hätten auch gleich mit einem Hypokryphen rüber fliegen können. Wäre das nicht schneller gewesen oder einfacher? Weil, was ist mit dem Urturm passiert? Ich glaube der ist ersoffen. Bin mir nicht sicher. Hey, ich mag diese Nachtelfenbauten. Mega. Wobei, wenn es ein bisschen mehr up to date wäre und das ein bisschen besser angepasst wäre an den Baum, würde es noch besser aussehen. Zurück in der Mondfederfeste. Schauen wir mal, was können wir hier noch machen. Hier oben gibt es eigentlich gar nichts bei dem Baum. Ich glaube, man kann hier sonst gar nichts oben irgendwie annehmen oder sonst was in der Art. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich will gleich mal wieder wilde Hatz über. So. Ich glaube, dass wir einfach weiter geschickt werden. Jetzt schon wieder. Ich kann mich nur erinnern, dass bei Allianz hier vorne bei dem Questhop eigentlich am meisten abging und das war es dann eigentlich schon im Großen und Ganzen. Und das Finale war dann hier vorne. Und ja, dann wurde man eh schon weiter geschickt. Wobei, wir sind ja schon Level 36. Das heißt, wir sind... Ah ne, Blödsinn. Es gibt bis 40. Ich dachte, wir sind hier schon zu weit für das Gebiet. Ich werde gleich wieder alles abgeben. Meldet euch bei Silvia im Turm von Estulan. Estulan? Estulan. Genau. Da werden wir einfach schon weiter geschickt. Das heißt, hier haben wir nicht viel mehr zu erledigen. Allerdings können wir vorher eigentlich noch die dicken Yeti-Belge holen. Hat es hier nicht ein Rezept sogar gegeben dann am Ende. Bratzhahn gefertigte Handschuhe. Hm. Gefällt mir jetzt nicht so mega. Ja. Die Stiefel... Stiefel sehen bei Worgen so merkwürdiger aus. Das ist gleich wie bei... Das ist immer der Grund, warum ich nie irgendwie Worg, Draenei, Taure oder Troll spiele als quasi Main oder sonst was. Weil halt mich nervt das, wenn ich Transmoge und ich kann die Stiefel nicht irgendwie ordentlich Transmoge. Es gibt zwar seit neuestem jetzt Stiefel, die auch angepasst wurden für Tauren und Co. Das waren ja zu Legion die Prüfung der Tapfer-Guides-Sets zum Beispiel. Wo man... Bei diesen... Was war das? In der Nase. Bei den Caster-Sets, wo vorne dann irgendwie so bei den Hufen beim Taure irgendwie so Metallschellen drüber sind oder so. Sowas finde ich nicht schlecht, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass das noch irgendwie... Ein bisschen ausgeweitet wird mit altem Equipment und so. Dass das nicht so komisch aussieht, weil... Im generellen, warum muss ein Taure überhaupt Schuhe anziehen? Der hat doch sowieso Hufe. Boah. Meine Nase hört gerade gar nicht mehr auf, man. Die regt sich auf, man. Immer kurz bevor ich eskaliere, fängt die mega an zu jucken. Schau mal. Wenn ich den Kirschner, sollte ich eigentlich auch so einen Ball kriegen, glaube ich, oder? Nein? Oder war das nicht 100%ig? Schau mal. Vielleicht wird das auch entfernt. Ich weiß es nicht mehr. Mir kam vor, dass man das die Kirschner konnte. Werden wir... Werden wir gleich mal feststellen. Uh. 2000er Hit. Es scheint nicht so, als ob man die Kirschner kann. Hm. Schade. Habe ich mir wirklich eingebildet? Vielleicht ist der Rare Mob vorne schon da? Doch, da war einer. Wunderbar. Ich wusste es. Vielleicht ist der Rare Mob vorne da, aber es sieht nicht so aus, als wäre es schon gespawnt. Genau. Mit Kirschner reisen wir gleich ein bisschen fixer durch. Und ich kriege hier so viele Skillpunkte gerade, das gibt es halt nicht. Das ist ja ein Traum hier. Ein anderer Spieler beansprucht dieses Ziel bereits. War es was für ein anderer Spieler? Ich bin hier gerade alleine. Fünf von zehn, fünf Stück. Wir kommen vor und man kriegt hier dann noch eine Quest mit Yetis, aber da musste man dann hier vorne hin. Genau. Wo man dann auch dieses Teil finden konnte, das wir letztes Mal, glaube ich, schon gefunden hatten. Genau, da ist er ja. Den haben wir hier letztes Mal schon. Stimmt, das habe ich nicht angenommen. Den hatten wir hier letztes Mal schon gefunden. Das kann ich hier einfach dann abgeben vorne. Sprinten wir hier mal hoch. Wo haben wir hier noch welche? Braucht gerade eventuell noch vier Stück, wenn wir lucky sind. Maybe. Der Dream. Nein, da war nix. Dafür ein Gekirschnat. Dann maybe hier. Nein, dickes Leder allerdings schon. Das ist neu. Ist unser Skill schon hoch genug. Jetzt kriegen wir schon die besseren. Wobei, das variiert ja hier nach dem Level, nicht nach dem Skill, glaube ich. Wobei beides, oder? Ich glaube, das variiert nach beidem. Uh, gedroppt und Gekirschnat. So lobe ich mir das. Dann können wir das gleich mal abgeben, weil ich glaube, wir müssen danach echt hier vorne gehen und danach hier vorne noch ein bisschen Leder holen. Weil dann können wir das gleich irgendwie kombinieren. Dass wir dann nicht immer wieder kilometerweit rennen müssen. Wer mal nennt. Nein. Wobei. Fuck it. Den killen wir auch noch. Man gebe mir mein Leder. Ähm. Stealth wollte ich nicht. Schau, dass ich als Vork nicht in meiner Reitgestalt Stealth gehen kann. Äh. Das wäre ein bisschen zu strong. Den Hirsch killen wir uns auch noch. Alles wird hier abgeschlachtet, was mir irgendeine Art und Weise Leder bringt. Da vorne haben wir gleich den nächsten. 2,25. 2,40 war momentan Max, oder? Genau. Da müssen wir schauen, dass wir gleich mal wieder weiter lernen. Sonst ist es hier ein bisschen gewastet. Wobei die sind schon grün, oder? Die sind grün. Da kriege ich gar nicht mehr so viel skill, oder? Nicht mehr zu 100% ein. Einen Punkt. Einen haben wir noch. Dann sollten wir hier, glaube ich, easy nach unten kommen. Warte, what the fuck hat der gerade gemacht? Das hört sich an, als würde der gerade ein bisschen ausrasten, nachdem er den Hirsch abgeschlachtet hat. Bin ich hier schneller? Achso, hier ist sowieso schon der Weg. Warte mal, ich dachte der Weg geht vorne runter. Ach, da gehen zwei Wege runter, weil da vorne ist auch noch... Uh, das hat ein bisschen viel Schaden gemacht. Ich bin das gewohnt, dass man als Schurke keinen Fallschaden kriegt. Zumindest nicht als... War das als Sub? Ich glaube als Subbroke. In der Artewaffe kriegst du überhaupt keinen Fallschaden dann mehr, wenn du irgendwo runter droppst. So, was haben wir hier? Zeichen der Qualität. Ähm, die Stiefel... Die Handschuhe sind bei Weitem besser als meine. Sammelzehne, Wildschram, Yeti-Belge, genau. Und da brauchen wir dann schon die nächsten und das sollten die da vorne sein. Genau, das heißt wir müssen da sowieso hinreisen. Äh, meine Handschuhe können wir gleich noch anziehen und dann machen wir uns auf die Reise darüber. In der Zwischenzeit lassen wir es aber gut sein für diese Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr mir Post schicken wollt, könnt ihr das gerne machen auf dem Server Rexar an Quintex. Ich versuche das immer am Anfang der Folge natürlich nochmal anzuschauen. Äh, und ansonsten, wenn ihr sonstige Fragen habt wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst nicht mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein, ciao!